Hallo meine Lieben, heute geht es um mein Produkt von Yves Rocher, was ich zum Testen zugeschickt bekommen habe. Da freue ich mich immer so, wenn ich Sachen zum Testen bekomme, weil das meistens Sachen sind, auf die würde man wahrscheinlich eh von alleine noch nicht kommen oder so. Zu Yves Rocher komme ich generell nicht so oft. Und ich freue mich immer so, also danke nochmal an die Firma. Und diesmal haben sie mir etwas extremst, extremst cooles geschickt, nämlich dieses gute Ding hier. Ein Schimmerpuder. Und bevor ich euch etwas darüber erzähle, lese ich euch mal die Produktbeschreibung vor. Verleiht auch im Winter einen sonnigen, sanft schimmernden Teuf. Der Luminell Puder in warmen Kupfergold saubert ihm nur eine frische Ausstrahlung und einen sonnigen Teuf. Eine universelle Farbnuance für einen strahlenden Teuf mit Puderquaster. Preis 7,95 Euro. Also das ist jetzt auch etwas, was man sich eigentlich wieder leisten kann. Also sieht es so aus. Enthalten sind 15 Gramm. Wenn man das aufschraubt. Nein, Jimmy jetzt nicht bellen. Wenn man das aufschraubt, dann ist hier so eine Quaste. Mit der kann man das Puder auftragen. Jimmy! Aus jetzt! Ich sehe so eine Quaste. Auf jeden Fall mit der kann man das Puder dann auftragen. Hier sind dann so kleine Löcher, wo das Puder rauskommt. Und hier kann man jetzt sehen, das hat so einen bronzigen Ton. Und wenn man das dann auftragen, glitzert das extremst schön. Also das ist wieder mal, da haben sie wirklich meinen Geschmack getroffen damit. Das ist wirklich total mein Fall. Ich weiß nicht, ob man das über die Kamera erkennen kann, wie schön das glitzert. Ich glaube nicht, dass man es erkennen kann. Dabei habe ich das Video jetzt extra noch bei Tageslicht gedreht. Auf jeden Fall ist das so ein bronzig und schimmert extrem. Schön, das schimmert und funkelt und funkelt. Was vor allem zu Weihnachten irgendwie total cool ist, finde ich. Und das mit der Quaste finde ich auch gut, weil das erleichtert den Auftrag. Und es schimmert und funkelt einfach so wunderschön. Und der Vorteil daran ist, das kann man auch super im Gesicht eben benutzen. Weil man es auch als Blush verwenden kann, weil es halt wirklich auch leichte Farbe abgibt. Und dadurch wirkt man dadurch nicht so blass und so. Das habe ich schon probiert. Das ist echt total super. Also darüber freue ich mich sehr, sehr. Das ist irgendwie eines der coolsten Dinge, die sie mir in letzter Zeit so geschickt haben. Das ist wirklich, das hätte ich mir sogar wahrscheinlich von selber auch gekauft, wenn ich es gesehen hätte im Geschäft. Weil das ist wirklich sehr, 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 sehr toll. Also für alle Glitzer und für alle Schimmerfans, das kann ich euch wirklich empfehlen. Der Schimmer haltet auch extrem lange und der sieht wirklich so schön aus. Ist so ein feiner Schimmer, Schimmer, Funkelglitzer. Für Weihnachten, Silvester einfach toll, auch für den Sommer sicher super zu gebrauchen. Und das Produkt gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Da freue ich mich extrem drüber. Ist jetzt schon so ein Liebling von mir. Ich weiß nicht, man kann das glaube ich hier wirklich, wie gesagt, nicht erkennen, wie schön es glitzert. Aber es glitzert auf jeden Fall extremst schön. Ja, recht viel mehr kann ich dazu eh nicht sagen. Aber weil mir heißt, dass es extrem cool ist und extrem schön glitzert und Farbe abgibt, fällt mir dazu auch nicht ein. Aber es ist einfach extrem schön, extrem cool und ich liebe, liebe, liebe es. Das ist jetzt wirklich einer meiner neuen Lieblinge. Und da freue ich mich wirklich sehr darüber. Und das kann ich wirklich allen Glitzer-Schimmer-Fans von euch nur ans Herz legen. Ist ganz, 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 ganz toll. Gut. Ich weiß, das war jetzt ein kurzes Video. Ich wollte euch das Produkt nochmal zeigen, um meine kurze, kleine Meinung dazu zu sagen. Das ist irgendwie nicht so ein Produkt, über das man irgendwie Stunden reden kann, glaube ich. Das ist einfach so ein Produkt, das einfach toll ist. Das muss man sagen. Das muss man herzeigen. Und dann machst du es auch. Und ja, wie gesagt, werde ich es öfter benutzen. Mag ich es sehr gerne. Und ja. Ich finde, der Preis ist auch gerechtfertigt, weil mit sowas kommt man ja auch lange raus. Also dieser Schimmer-Puder-Dinger ist die meisten sehr ergiebig. Gut. Habt ihr das auch schon gesehen? Wollt ihr sowas haben? Habt ihr sowas? Seid ihr auch solche Glitzer-Freaks wie ich? Ja. Diese Fragen wären cool, wenn ihr mir beantworten würdet. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.